willkommen zu einem neuen video und treuze ich wieder einen neuen solo anleitung money glitch der jetzt funktioniert kurze info es gab diesen money glitch schon mal dann wurde es der ganze money glitch gepatcht und jetzt gibt es eine methode wie man diesen teil der gepatcht wurde sozusagen so wie man das halt ganz wie man das so macht dass es wieder funktioniert so was wir dafür brauchen ist erstmal hier wieder ein bunker dann den emos sie im emos sie muss halt das fahrzeug drin stehen was sie für diesen jetzt benutzen wollt wie gesagt was immer macht man einfach immer am besten nehmen sollte es ist die classic von aufgetunen falls egal kein geld hat bis wir nicht so viel für den easy classic könnt ihr natürlich auch eure fahrzeuge die in der garage habt die eine millionen oder so bringen einfach duplizieren dann könnte die original version dafür verkaufen für den preis allerdings die duplizierte version von dieser fahrzeug kann man nicht verkaufen aber das spielte dann keine rolle mehr wenn man damit dann wieder hier die ganze ist die classic suppliziert mit dem geld was man von den fahrzeugen kommen hat hat man dann genug um sie vielleicht wieder zu kaufen wenn da wenn man sie hat um die verkaufen möchte so was wir noch brauchen ist auf jeden fall einen anderen zielmodus das heißt am besten einfach freies zielen oder so und zu guter letzt die spielehalle wo wir die garage gekauft haben und ja für leute die kurz fragen warum man im emos sie es gibt immer leute die sagen warum muss sie kein fahrzeug parken kann das liegt daran dass ihr auf die seite auf die internetseite gehen muss dann auf den emos sie drauf drücken muss dann müsst ihr da stehen haben ich glaube lager für persönliches fahrzeug oder so ist es ungefähr weil lager für fahrzeuge und wenn ihr das nicht habt dann könnt ihr das halt eben nicht da parken das brauchen wir auf jeden fall dort dann parken wir einfach das auto egal wohin einfach stellen jetzt aber ja jetzt bevor wir hier aus dem punkt heraus gehen müssen wir gucken dass wir hier unter markierungen ausblenden bei jobs eigene haben da muss eigene stehen wenn nicht dann geht noch nicht aus eurem punkt heraus falls ihr das ganze gemacht habt könnt ihr schon aus eurem punkt heraus gehen und jetzt machen wir das was wir gefühlt eigentlich bei jedem glitz jetzt machen und zwar einmal teleportieren für leute die es jetzt nicht wissen oder so die neue glitschen oder so die doch nicht wissen wie das ganze geht erklärt uns jetzt hier wenn wir draußen sind aus dem bunker so wie wir uns teleportieren können wir suchen uns hier kurz den punkt aus in meinem fall will ich jetzt hier zu spiel alle gehen dann drücken wir jetzt auf diesen job 4x durch einen job starten wenn wir einmal x drücken und jetzt wenn wir jetzt hier in dem menü sind join wir irgendeiner person einfach zweimal das heißt wir joinen erstmal einmal also entweder eine community einen spieler oder von euren freunden erstmal einmal joinen außer die lobby wurde schon abgebrochen und wird natürlich jetzt eine andere kommen müsst ihr wieder einfach anderen nehmen und dann dreht diese person nochmal bei man sollte doch schon stehen möchte den zielmodus ändern dann macht ihr einfach mit kreis auf nein ganz wichtig hier dazu gesagt falls jetzt eine andere meldung kommt dann heißt es euer freund oder der typ aus der community hat genau den gleichen ziehen mussten dann geht das ganze nicht was sie dann macht rückte trotzdem zweimal kreis und die welt merken ihr doch trotzdem noch in dem job trainer dann müsst ihr euch eine andere person aussuchen auf jeden fall gehen wir jetzt in die spielhalle und kurz bevor diese methode ist nicht die die alte oder so also das jetzt hier nicht ein glitch der schon älter ist und das ist eine komplett neue version allerdings wie gesagt wurde diese glitsch gepatcht und jetzt gibt es halt da wurde gepatcht wird eine kleine andere sache was man machen kann damit das ganze funktioniert so wenn wir in der spielhalle drin sind laufen wir erstmal kurz hier hin und ganz wichtig dass ihr hier diesen automaten besitzt für leute die ihn jetzt nicht haben ganz einfach ihr müsst euch ihn einfach kaufen und ja was ich weiß bevor wir erstmal jetzt zu den automaten gehen jetzt ist schon viele leute welchen glitsch ich damals welchen glitsch ich meine wie gesagt hier gibt es eine andere methode weil er an diesem einen teil gepatcht wurde wenn man automatisch aus der spielhalle rausgeflogen ist jetzt haben wir erstmal kurz diese tür auf wir können jetzt mal schauen dass man muss ich jetzt auf jeden fall machen wasser fahrt wieder unten haben also am besten natürlich den kostenlosen elegy oder so den wir jetzt hier auch verwenden können ganz kurz mal okay wir haben dafür welche kostenloses elegy ist warum es jetzt nachgeschaut weil ich beim letzten glitsch keine hatte und deswegen konnte es ist halt nicht so gut beweisen aber diesmal habe ich auf jeden fall welche jetzt gehen wir auf jeden fall zu diesem automaten wo ich gerade war das heißt wir gehen einmal jetzt zum automaten hin können dann schon die falltaste nach rechts drücken so falls ihr keine meldung bekommt dann seid ihr in der mitte stehen ihr müsst entweder links oder rechts stehen so hier nämlich die meldung so jetzt drücken wir doppelt playstation taste oder halt einfach ein spieler bei so dort place dass damit wir wieder diese meldung hier bekommen die erste schon in der person einmal kommt diese meldung der gleiche person noch einmal müsste weil es ja die gleiche person ist wieder diese meldung kommen lehnen wir ab drücken optionen online criminal enterprise data pack wieder raus dann auf jobs drauf spielen von rox herstellt missionen ein job titan starten wir bestätigen dass jetzt die fall das nach rechts drücken und jetzt warten wir so ungefähr fünf bis zehn sekunden und ganz ganz wichtig ihr dürft gleich euch nicht bewegen wo ich genau meine wer die gleich sehen also nicht die allgemein nicht bewegen sollen wir es wenn wir gewartet haben drücken bx sind wir geflossen treten jetzt der person noch mal zweimal bei kommen diese meldung dann bekommen wir diese meldung diese länge wieder ab jetzt auf optionen diesmal allerdings auf erstmal hier auf kümmern enterprise data pack und dann können wir einfach auf jobs job spielen von rox erstellt und dann wieder auf mission und jetzt hier wieder auf einen job von titan wieder bestätigen hier bestätigen so was wir jetzt machen jetzt gehen wir einmal auf cash cards kaufen und weil es bei mir jetzt hier kurz mal ein bisschen länger lädt normalerweise ok mache ich ganz kurz in kart rein so wenn wir hier in diesen cash cards drin sind drücken wir kreis noch mal kreis noch mal kreis bis wir draußen sind jetzt dürfen wir nicht diese kamera beziehungsweise auch nicht laufen heißt die joysticks beide nicht mehr berühren wir können jetzt die fall das nach oben drücken falls es nach unten auf internet jetzt gehen wir mit den pfeiltasten arbeiten also es gibt viele leute die machen hier den fehler und denken okay dann mache ich mein joystick jetzt einfach hier auf die maize bank ihr dürft jetzt nur mit den linken pfeiltasten arbeiten falls man falls es eine einstellung gibt wo man mit den pfeiltasten laufen kann müsst ihr es natürlich anders drum machen das heißt dann müsst ihr es mit den joysticks machen das weiß ich jetzt aber nicht auf jeden fall wenn wir die ganz normalen einstellungen haben wo man mit den joysticks läuft dann sehr sehr wichtig denkt dran ihr dürft nur die pfeiltasten bewegen sonst fliegt die hier raus und hat das ganze alles nichts gebracht so was wir jetzt machen wenn wir jetzt hier im internet sind und dann auf maize bank sind seite betreten wir gehen jetzt hier auf spielehallen und wie gesagt mit den joysticks nichts machen jetzt auf renovieren und jetzt müssen wir uns halt das billigste kaufen falls ihr so wie ich zum beispiel das teuerste besitzt dann könnt ihr aber was billigeres kaufen dann werdet ihr ich glaube sogar geld dazu bekommen falls ihr allerdings die teuren sachen besitzt die billigeren oder die ganz billigsten ich würde euch einfach empfehlen wir müssen jetzt tatsächlich eine sache kaufen heißt irgendwas müssen wir kaufen einfach was hat sich denn hier vorhand ich hatte ich jetzt die frage was okay ich hatte vorher das hier in meinem fall nehme ich jetzt hier die deko also die neo deko neon deko ich hatte davor das müsst ihr nämlich sehr sehr müsst ihr auf jeden fall daran denken dass ihr das ganze wisst das heißt sehr sehr wichtig merkt euch das in meinem fall hatte ich hier das letzte und jetzt kaufen wir das erste jetzt kaufen wir das wirklich aber das ist natürlich egal weil wir bekommen am ende 1 gemacht millionen wenn wir es gekauft haben einfach die drei einfach die dreieck tasse drücken und werden sehen wir sind jetzt hier unten wie gesagt merkt euch was ihr vorher hatte sonst klappt das ganze nicht sehr sehr wichtig dass ihr das merkt was wir jetzt machen jetzt kommen kein kleiner timing part aber der ist wirklich so einfach dass man den in meinen augen gar nicht verkacken kann und das denke das schafft auch keine und zwar in meinem fall ich zeige euch jetzt hier kurz wir haben jetzt jetzt zweimal den easy classic zukunft schock das heißt nach dem glitsch werden wie ein dreimal haben damit sich das ganze beweisen kann und nicht wundert die kamera ist hier ein bisschen verpackt wir steigen jetzt hier nicht einsteigen oder vorgehen so vor die tür dass wir jetzt einsteigen könnte jetzt was wir jetzt machen ist ganz wichtig ist genau dasselbe macht so jetzt kaufen wir uns bevor wir hier gleich den glitsch machen dass wir mit dem auto also ohne auto rausgehen erstmal hier das ganze wieder kaufen was kaufen und zwar wir müssen jetzt wieder das gleiche kaufen also die gleiche band malerei so das heißt seite betreten spielhalle meine ist das hier renovierbar jetzt könnt ihr natürlich auch hier die joysticks benutzen jetzt ist komplett egal renovieren wir hatten vorher das ist natürlich jetzt logisch wenn ihr die teuren habt dann müsst ihr leider beim ersten mal sehr sehr viel geld verlieren es wird diese sehr viel geld verlieren allerdings beim zweiten mal nimmt ihr wie gesagt einfach die billigeren sachen also zwischendurch die billigeren sachen nehmen dann zahlt jetzt nicht mehr so viel aber wir haben trotzdem ich glaube 70.000 nur gezahlt deswegen ist es trotz er ich meine ich knappe 400.000 normalerweise hat man ungefähr 100.000 aber wir haben jetzt ungefähr 400.000 wenn wir eins machen und verkaufen haben wir trotzdem 1,4 millionen also sehr viel geld jetzt sollten wir oben links diese meldung haben was wir jetzt machen wir steigen jetzt mit drag ein sobald wir eingestiegen sind die kreistasse gedrückt halten und dann r2tas da einfach nur gedrückt halten spamen was auch immer steigen ein kreistasse gedrückt halten und dann die r2tas direkt hintereinander machen das heißt wenn wir sobald wir eingestiegen sind direkt die kreistasse gedrückt halten und die r2tas danach direkt spamen so und dann müssen wir ohne auto draußen spawnen und wenn das passiert ist bei euch dann habt ihr alles richtig gemacht und dann habt ihr auch schon geschafft was wir jetzt noch machen müssen einfach wie immer hier den job auswählen der der nächste an eure bunker ist teleportier uns einmal zu dem bunker mittlerweile weiß dass ich mich kurz dahin so wenn wir uns hin teleportiert haben einfach zum bunker laufen und werden sehen dass das fahrzeug da noch steht und ja wie gesagt denkt dran bevor ihr das mit dem auto macht es ist sehr sehr wichtig dass ihr diese gleiche wandler ich glaube das war okay also einfach allgemein das war jetzt bei mir keine wandlackierung einfach genau dasselbe kauft was ihr da vorher hatte das heißt wenn ich jetzt denke ich öfters machen will was in meinem fall nicht der fall sein wird aber wenn ich das ganze öfters machen will oder auch ihr müsst ihr erst mal die billigste sache kaufen am besten einfach dass er 50.000 ich weiß noch was billigeres gibt dann kauf ich erstmal das billigste damit sie danach nicht mehr so viel geld zahlen müssen weil ihr müsst ihr das zurückkaufen wenn ich das teuerste habt zahlt ihr sehr sehr viel geld also am besten vor dem sie schon dran denken aber das ist ja nicht schlimm man macht ja trotzdem sehr sehr viel geld gewinnen auch wenn man zum schiff so wie ich das teuerste besitzt und jetzt gehen wir erstmal in unseren bunker rein denkt dran werden vorhin zwei easy classics zukunft schock werden jetzt gleich den dritten haben aber allein dass hier das fahrzeug schon steht okay das fahrzeug falls es nicht hier steht dann seht ihr das draußen ist holen wir das fahrzeug kurz rein das kann auch mal passieren das fahrzeug einfach draußen sparen ist aber eher selten habe das fahrzeug von draußen kurz rein so wir sind jetzt hier raus gegangen davon steht das auch schon und ja wie gesagt es kann passieren mir ist jetzt auch schon mal so bis jetzt ich habe es eigentlich nur einmal probiert einmal gemacht und bei mir ist jetzt direkt so passiert aber auch wer selbst wenn das passieren würde beträgt sich trotzdem funktionieren ganz wichtig nur in der zeit wo jetzt sind glitsch macht kein persönliches fahrzeug benutzen aus natürlich jetzt hier in diesem moment oder beim bei der spieler leben wir natürlich das ganze macht wenn wir wenn es vor dem licht ausgefordert sage ich mal ist dann müsste es natürlich machen falls es aber sonst nicht gefordert ist dann bitte auch nicht machen sonst wird das fahrzeug halt hier nirgendwo stehen und entweder spawnt er draußen also entweder ist er immer drinnen also ist er eigentlich immer drinnen kann natürlich auch wenn es da draußen ist wenn er draußen ist fahren wir jetzt einfach rein hier in diese mosie so und jetzt fahren wir kurz hier rein und jetzt ist der glitsch auch schon hat es auch schon geschafft habt es einmal geschafft es gibt jetzt zwei varianten entweder wird euch hier eine fehlermeldung kommen dass die fehlermeldung wird immer kommen wenn das fahrzeug hier im bunker steht wenn ihr das fahrzeug aber draußen habt so wie ich werde keine fehlermeldung bekommen und ich würde sagen das war's mit dem glitsch macht selbst einfach paar mal nach ist ein sehr geiler glitsch wenn wir sagen haut rein und ciao